Ich bin ein bisschen freiertert. Ich bin ein bisschen freiertert. Ja, es ist gut. Ja, es ist gut. Ja, es ist gut. Ja, und woher wissen die anderen? Du, du, du musst doch nur die Namen sagen. Du kennst die Leute. Ich kenn die Leute. Ja, da muss man ja auch nicht. Komm, du kommst schon mal an. Du, 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 du. Wir stehen hier schon 2 Stunden, und da kommt der, also, in den Minuten hier. Nee. Die stehen hier schon wieder verraten. Das ist das. Ich hab eigentlich, ich hab noch von dir. Ich hab noch von dir. Schön, Mann. Die Ingeburg-Krabe kommt auch wieder. Na, heute wird's ja schon noch schade. Wenn man das kommt, dann muss man die noch hoch machen, für die Kameraden. Ja, ja. Wer kommt da? Das stimmt hier auch wirklich. Ja, ja. Komm ich? Nee, die Nase passt nicht. Ach, du hast dich. Hallo. Hallo. Alles klar. Okay. In Ordnung. Jetzt macht mich nicht verrückt. Wer war denn das mal nicht klar? Ich weiß es nicht. Hält mich immer hoch. Ich hab noch ein paar Krampen. Ja, ich hab noch ein Krampen. Ja, ich hab noch ein Krampen. Ja. Regina, hier auch. Ich hab noch zwei gegeben. Möchten Sie auch einen Krampen? Ja, ich auch. Krampen bitte. Ja, okay. Ja, Regina. Schön. Ich hab viele gerade. Ganz viele jetzt. Okay. Ja. Ja. Ich bin jetzt mal der Verteiler. Danke. Ja. 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 Ja, ja. Wie sollst du mir das Bild noch mal ausdrücken? Ja. Du bist eine gute Stütze. Ja, ja. Ja, ja. Du bist eine gute Stütze. Deine Stütze nach rechts. Ich kann es dann so gut wieder, nur, dass ich das Betriebe halten kann. Das bist du. Na, mein Gott. Du bist eine gute Stütze. Du bist eine gute Stütze. Dorit, meine Liebe, hallo. Ich wusste ja, das stimmt. Hallo. Aber heute habe ich ein ganz neues Kleid. Zwei Bilder, nur die Unterschrift. Du hast doch... Hallo, mein lieber Karl-Heinz. Und das noch, Dorit. Ja. Bitte. Wenn ich ganz, dann... Bleibt ihr so lange hier? Ja. Hab doch immer Zeit. Danke, Dorit. Alles Liebe, ja. Dankeschön. Ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Tschick. Hapsa. Ja. Damit ich jetzt reiche. Halt mal hoch das Plakat bitte. Wer? Die Franzi. Gurt. Du bist da... Du bist da... Ich bin... Du bist da dröber. Gerdscher! Und jetzt klaut die eine Rache, das tut mir leid. Ja, 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 ich muss nichts sagen, dumm. Jetzt ist es gut. Aber wegen der Verzeihung. Ich will ja dann hinterher unterschreiben. Ja, 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 ja. Gehst du mal ein bisschen hoch und guckst mal, als wenn sie da kommen würde. Als wenn sie da kommen würde. Ja, genau. Ja, super. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nicht stürzen, nicht stürzen. Kannst du mich jetzt erschlagen? Ich erfinde jetzt einen Namen. Ich kenne ihn nicht. Ich bin ein ganz großer Fan von ihm. Ich habe alle ihre Filme gesehen. Kommt, glaube ich, immer gut. Wer denn? Die fachste Frau kenne ich auch. Ja, ganz gut. Maren Schumacher, das ist hier Maren Schumacher, die kenne ich. Maren Schumacher, sagt der Name? Maren Schumacher, ja, die fachste. Maren Schumacher, ja, die fachste. Muck, kennst du Muck? Ja, habe ich schon mal gehört? Oh, das ist nicht so. Maren, Maren, und ein Foto. Oh, dankeschön. Kannst du mal zu, bitte? Ich kenne dich übrigens wieder. Ich bin einfach wirklich total. Und bitte! Ja, alle Plakaten machen so gut. Und bitte! Ja! 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 Hey! Andrea, wir lieben dich! Andrea, wir lieben dich! Unsere Nummer 1! Andrea! Andrea!